huu leute ich bin flasher willkommen zu einem weiteren guild wars 2 end of dragons guide und zwar heute dazu wie er ohne ende jade späne farmen könnt das ist ein mega klasse farm der vor allem richtig gut ist wenn ihr die jade späne für irgendwas besonderes haben wollt allerdings schon mal eine warnung dieser farm ähnelt oder grenzt so ein bisschen an diesen forschungsseiten farmen mit den brotlaiben wo ich schon ein video zu gemacht habe was dann genervt worden ist und dieser farm ist ähnlich es ist nicht wirklich ein exploit würde ich sagen aber es ist vielleicht auch nicht 100 prozent intended von arnet von daher muss man es vielleicht noch nutzen solange es noch geht ich kann mir vorstellen dass das eventuell mal genervt werden wird aber es geht hier um diese jade späne die man hier bei diesem npc eintauschen kann dieser farm das kann ich schon mal sagen der lohnt sich jetzt nicht um reich zu werden es ist jetzt kein mega gold farm weil die jade späne nicht so viel wert sind ich werde euch einen link zu dieser fast farming community in in die video beschreibung packen wo ihr sehen könnt wie viel ein jade sparen circa wert ist das ist jetzt nicht viel allerdings wenn ihr die braucht für was besonderes wenn ihr zum beispiel euch noch geoden kaufen wollt wenn ihr banditenwappen braucht wenn ihr ja währung der living world staffel 4 oder sowas haben also wenn ihr sowieso etwas hiervon braucht dann lohnt sich dieser farm wirklich richtig gut für alle die es denen es einfach nur ums geld geht für die sind wahrscheinlich diese in diese anderen jade bot upgrades hier zum beispiel mit diesem plünderer protokoll magische trophäen sind wahrscheinlich besser wenn es euch nur um gold geht aber wenn ihr die jade späne eh für was besonderes braucht dann könnt ihr in euren jade bot hier diesen wiederverwerter jade späne reinpacken der verwertet nämlich alle schrottgegenstände die er ins inventar bekommt automatisch in diese jade späne und jetzt natürlich die frage wo kriegt man diese jade späne ultimativ viel her mit einer ja eigentlich hundertprozentigen chance richtig richtig wieder davon zu bekommen und dafür werde ich mal kurz an einen anderen ort gehen und durch dann zeigen wie es geht wie gesagt ihr braucht den wiederverwerter jade späne dafür in eurem jade bot so ich bin einfach mal in malchors sprung gegangen ich denke diese stelle hier kommt viele von euch bekannt vor dass eine typische holzfarm stelle aber dass ich bin jetzt nur hier um das beispielhaft zu zeigen es funktioniert überall wo kein level 1 gebiet ist sozusagen und zwar geht es darum dass ihr jetzt einfach zeug abbaut zum beispiel hier diese holz diese alte dieses alte holz was man hier fahren kann allerdings habe ich mir beim kaufmann beim ganz normalen kaufmann nur eine kupferholzfäller axt gekauft also eine die viel zu schlecht ist für diese für diese bäume und das besondere ist wenn man etwas abbaut und man hat nicht das richtige werkzeug also man hat ein schlechtes werkzeug dabei dann kriegt man ruinierte holzblöcke oder ruiniertes erz oder ruinierte kräuter und sowas daraus und die zählen als schrottgegenstände und die werden vom bord automatisch umgewandelt und das kann ich euch jetzt mal zeigen ich habe diese diese axt wie ihr seht kupferholzfäller axt habe ich drin und wenn ich jetzt hier hingehe und viel zu schlecht das abbau dann seht ihr kriege ich für jedes mal holz hacken ich kriege zwar das holz selbst nicht aber es wird jedes mal automatisch in ein jades sparen umgewandelt und das funktioniert bei holz das funktioniert bei erz das funktioniert bei kräutern und das meinte ich mit das ist nicht wirklich ein exploit weil es halt nun mal tatsächlich schrottgegenstände sind die man kriegt und die sind nun mal wie normale schrottgegenstände und die werden dann umgewandelt und die sind ja auch nicht mega viel wert aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen dass es intended ist dass man sich hunderte und tausende jades späne einfach erfahren kann indem man einfach über die karten rennt und alles mit zu schlechten werkzeugen abbaut aber trotzdem eigentlich ein cooler und schlauer trick wenn ihr diese jades späne sowieso noch braucht aber wie gesagt die sind nicht so viel wert von daher werdet ihr kaum geld machen denn ihr verzichtet natürlich beim abbauen auf das material was man eigentlich beim abbauen bekommt zum beispiel alte holzblöcke und die sind ziemlich genau so viel wert wie auch ein jades sparen von daher macht eigentlich plus minus null das meinte ich auch mit das lohnt sich jetzt nicht um mega geld zu machen aber wenn ihr diese items von den jades spänen braucht ist das hier ein super farm also einfach schlechte schlechte abbauwerkzeuge einpacken und noch so lange alles abfarmen bis arnet sich denkt oh das haben wir uns so aber nicht vorgestellt und das nervt so ähnlich wie die brotleibe ich hoffe es hat euch gefallen danke an die community danke an shiroi karasu fürs zeigen dieses tricks ich gucke mir sowas immer gerne an und test es dann natürlich auch immer gerne ich wünsche euch noch viel spaß und wir sehen uns die tage wieder tschau leute wir sehen uns die tschau lesen